Herzlich willkommen zu deinem Lieblings-Podcast, dem Bewohnerfrei-Podcast. Ich bin ganz, ganz glücklich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und vor allem bin ich deshalb so happy, weil ich heute jemanden interviewen darf, wo ich ein richtig großer Fan bin. Und ich weiß nicht, ob ihr so Momente im Leben kennt, wo du dich in jemanden Schock verliebst. Du siehst jemanden, du hörst die drei ersten Worte und denkst dir, wie geil ist die denn? Unfassbar, warum habe ich die vorher noch nie gesehen? Und die Frau, die ich dir jetzt vorstelle, habe ich das erste Mal gesehen in New York auf einer großen Bühne bei einem Speaker-Slam von unserem gemeinsamen Freund Hermann Scherer. Und um die lange Geschichte kurz zu machen, sie hat natürlich den Speaker-Slam gewonnen, hat dann ein Ticket bekommen zur Public Speaking Academy. Und hier kommt erstmal die offizielle Anmoderation. Und ich kann nur jedem wirklich raten, schaut euch Greta auch hier bei YouTube mal an, weil wenn ihr jemanden sehen wollt, der im besten Alter strahlt wie ein Cola-Keks, müsst ihr euch das unbedingt anschauen. Greta befreit von der Angst vor dem Alter. Sie lebt vor, wie du cool diese spannende Lebensphase nimmst. Und Jugendwahn war gestern, heute rockt das Alter. Alter ist heute ein Start-up-Unternehmen, denn von 60 bis 90, das ist genauso lang wie von 30 bis 60. Da hast du recht, das muss man immer nur mal so hören. Greta Silber ist YouTuberin, Podcasterin, glücklich sein ist eine Entscheidung, Speakerin, Bestseller-Autorin, Kolumnistin und öffnet der Wirtschaft den Markt der Best-Ager, was übrigens ein riesiger Markt ist und darüber reden wir jetzt gleich. Handbremse war gestern. Mit 66 Jahren, wenn andere in Rente gehen, ging sie ins Netz und machte einen YouTube-Kanal auf. 2,4 Millionen Aufrufe spiegeln, aus welcher Not Gretas Botschaft befreit. Ja, das stimmt, weil ich glaube, dass viele da auch echt Angst vorhaben, diesen Schritt in die digitale Welt zu gehen. Sie ist Grenzensprengerin und Mutmacherin. Sie ist bekannt aus der ARD, dem ZDF, dem NDR, dem Kölner Treff. Ich könnte jetzt eine Stunde weitermachen. Sie ist auch noch Mama, hat drei Kinder, drei Enkelkinder. Absolut, also ich glaube, wir fangen jetzt einfach an. Das war eine große Ehre, dich hier zu haben. Danke für deine Zeit, liebe Greta. Oh, ich freue mich so, dass ich dabei sein darf, Tom. Das ist so eine Ehre, das ahnst du gar nicht. Also es ist wie ein Kindergeburtstag, unglaublich. Also ich bin so glücklich, hier zu sein. Vielen, vielen Dank. Auch die tolle Anmoderation. Ja, da ist irgendwie was zusammengekommen. Ich kann es auch nicht fassen. Es gibt ja, wir haben ja in den deutschen Knigge gesetzt, und es gibt ja so ein paar Dinge, die wir nicht fragen. Wir fragen nie nach dem Alter, wir fragen nie danach. Und was machst du so? Aber gerade weil ich dich so als so eine bombastische Energiekanone auch erlebt habe, möchte ich mit dieser unhöflichen Frage beginnen. Wie alt bist du, Greta? Und wann hast du, ich habe in der Anmoderation gesagt, du hast irgendwann den Schritt gemacht, das war es jetzt noch nicht. Ich mache jetzt hier, bei mir geht es erst richtig los. Gehen wir mal da am Anfang rein. Ja, also ich posaune ja mein Alter immer raus. Deshalb frage ich. Ich bin 40 geboren und am Valentinstag jetzt 72 geworden. Unglaublich. Und ich habe ja das Gefühl, ich stehe in der Blütezeit meines Lebens. Ich habe mal mit 17 entschieden, ich werde 120. Und insofern geht da noch unglaublich viel. Also ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass da jetzt irgendwas vorbei sein sollte. Das habe ich mal mit 17 geglaubt, dass der Spaß im Leben mit 35 schon vorbei ist. Aber dass die Bilder nichts taugen und ich habe sie aufs Feuer geschnissen. Also das ist schon lange passiert. Verstehst du ältere Menschen, die sagen, also hier das ganze Digitale, ich weiß nicht, was YouTube ist, ich gucke lieber ZDF Morgenmagazin und Fernsehgarten. Und das habe ich vor 30 Jahren schon gemacht. Und das alles ist neumodischer Quatsch. Also das dürfen die auch gerne sein, wenn die damit zufrieden sind. Also habe ich gar kein Problem mit. Aber wenn man das Gefühl hat, da geht noch was. Wenn ich diese Intensität leben will, die ich mit 30 so toll fand, dann wird das schwer, wenn ich die nur absitze und denke so ein bisschen Fernsehen und so ein bisschen, was weiß ich, Wolfen oder was man immer da noch macht. Das würde dieses Lebensgefühl geben. Also ich glaube, das funktioniert nicht, nicht 30 Jahre lang. Also da eben zu gucken, wie kann ich das denn im Alter schaffen, mich jung zu fühlen? Was ist das denn? Das widerspricht sich doch eigentlich. Aber eigentlich ist Alter die beste Zeit, um jung zu sein, wenn man daran das mal fest macht. Was bedeutet das denn eigentlich? Das heißt doch dieses Unbeschwerte, dieses Hey, was kostet die Welt? Und keine Verantwortung mehr zu haben. Also man hat sie damals noch nicht und jetzt haben wir sie nicht mehr. Also das sind alles Momente, die heute lebbar sind. Denn ich behaupte mal, ihr Jungen habt einfach doch noch eine ganz andere Last auf der Schulter liegen. Also da ist noch viel mehr, was ihr da so, was ich erreichen wollte oder so und was euch auch Sorgen macht. Was weiß ich, mein Chef und ist das alles so richtig, wie es läuft oder so? Wie unbeschwert stehen die morgens auf, die 30-Jährigen oder die 40-Jährigen oder so? Oft nicht unbeschwert. Und man hat, also jedenfalls ging es mir so, glaube ich, in der Zeit oftmals gedacht, oh Mensch, das würde ich jetzt gerne auch machen. Aber leider geht das nicht. Also was weiß ich, keine Zeit oder ich habe die Verantwortung für die ganze Familie zu tragen. Also ich kann das nicht einfach riskieren oder so. Aber jetzt kann man das. Und da mal wieder zu forschen und zu buddeln, hey. Du bezeichnest das ja als Start-up-Unternehmen. Also so ab Rente ist jetzt Start-up. Abzeit. Ja. Was bedeutet das für dich? Sich reinhängen. Also ich vergleiche das immer gerne so mit dem Fahrrad. Wenn das über den Bordstein will, dann kannst du auch nicht nur so ein bisschen mal so da dran langschrauben. Dann ist es dumm. Also mal richtig Schwung holen und raus aus diesen eingefahrenen Bahnen, die uns ja eigentlich schon lange nicht mehr passen. Dass man, ich glaube mit Schutz, ich finde das so bei mir an, dass ich denke, oh ja, das kennen wir jetzt alle schon so. Und wo ist denn das, was da noch so kommen will oder so. Und da, also ein Start-up-Unternehmen für mich ist, Wochenende kennen wir nicht. Also reinhängen, machen. Und plötzlich macht das alles so Spaß, weil es unter einem anderen Motto steht. Also das ist schon unglaublich schön. Also die Chance ist schon toll, die wir da haben. Wenn wir gleich ein bisschen auf deine Lebenslinie auch schauen. Gab es einen Punkt in deinem Leben, wo du dir selbst erlaubt hast, dich so zu zeigen, wie du bist? Weil ich erlebe dich, du hast deinen ganz eigenen Modestil. Du bist unglaublich, ja, energiegeladen. Und ich glaube, dass das ja in ganz vielen Menschen steckt. Die meisten trauen sich nur nicht. Die meisten trauen sich nicht, sondern werden immer angepasster. Und gab es so einen Moment in deinem Leben? Du wärst erschrocken, wie angepasst ich war. Und ich fühlte mich dabei noch relativ glücklich. Also ich ahnte ja nicht, was dahinter noch alles möglich ist. Weißt du, ich lief in Bahnen, wie das so, ich glaube, die Durchschnittsfrau so macht. Ich war ja 17 Jahre Hausfrau und Mutter mit drei Kindern, war im Haus Marmelade kochen, Picknick machen, alles war fein, war fein. Ich hatte von meinem Naturell, glaube ich, schon ein bisschen öfter hier geschrien, als die Energie verteilt wurde damals, irgendwo auf der Himmelswiese oder wo auch immer. Immer schon. Ja, obwohl ich auch als Kind so schüchtern war, jedenfalls im äußeren Leben, dass mein Vater sich nicht anders zu helfen wusste. Ich komme ja wirklich vom Bauernhof und ist mit mir in so ein kleines Kaufhaus gefahren. Das darf man nicht vergleichen mit einem heutigen Kaufhaus, aber es gab immerhin Fahrräder da und hat gesagt, du darfst kaufen, was du willst, ich bezahle das, aber du musst es selber der Verkäuferin lachen. Ich weiß nicht, wie lange ich vor so einem Fahrrad gestanden habe und bin mit hängenden Schultern an meinem Vater, der sich unterhielt da mit der Verkäuferin, bin ich vorbei, nach draußen gegangen. Ich habe es nicht geschafft. Also, okay, das gab es auch. Weil du so schüchtern gewesen bist. Ja, also zu Hause habe ich die Klappe wohl aufgemacht, aber sobald das irgendwo so im äußeren Rahmen war, war das nicht möglich für mich. Ist jetzt heute anders, sagen wir es mal so. Ja, das geht heute anders, genau. Also, das habe ich dann schon gelernt, aber dieses gesellschaftlich angepasst sein. Ich kann mich nicht erinnern, dass jemand das in Kindertagen zu mir gesagt hat. Überhaupt nicht. Aber ich habe das automatisch gemacht. Das war in mir irgendwie, ich habe es jedem recht machen wollen. Das ist ja vorhin auch schon gesagt, dass Frauen da auch mal rauskommen sollen aus dieser dienenden Rolle vielleicht, wobei ich alles immer zusammen sehe. Wie genau gehört alles zusammen und ist ganz toll. Nicht nur dienen, auch nähen. Sonst ist es ein Ungleichgewicht. Ja, genau. Aber der Witz ist, wenn du mich das so nennen darf, das, wofür ich früher gescholten wurde, dafür werde ich heute gefeiert. Mein Extra an Energie, wenn ich das mal ausgelassen habe oder so, kamen an vielen Stellen, muss das sein? Muss das so viel sein? Sei doch zufrieden mit dem, was da jetzt ist. Und ich sage, nein, ich will mehr Nähe. Bei mir ganz genauso. Ich glaube, es geht vielen so. Oder auch im Job natürlich. Also ich habe ja unter anderem auch Hotels eingerichtet. Also wirklich von der Rohbauphase an. Der Bauleiter war der Meinung, hier auf meine Baustelle gehört keine Frau und die schon gar nicht. Also was da alles so gelaufen war. Aber im Rückblick kann ich dem nur dankbar sein. Das hat mich stark gemacht. Ich habe Verbündete gefunden, die dann sagten, komm mal her, gib mir mal deinen Plan, an, ob der überhaupt aktuelle ist oder sowas alles so. Also daraus ergibt sich dann immer sowas. Ich erlebe viele Menschen in deinem Alter, die sagen, das ist jetzt nur mal so. Guck, man ist jetzt langsamer. Und da sehe ich natürlich auch einige, ich bin jetzt mal ganz frech, weil es ist ja mein Podcast, ich kann ja eigentlich sagen, was ich will. Die lassen sich dann auch gehen und richtig sichtbar gehen. Die machen sich nicht mehr schön draußen, weil sie sagen, du, der Mann, der sitzt eh hier. Seit 35 Jahren habe ich eigentlich auch, weiß ich, gar keinen Bock mehr drauf. Ich habe dich das vorhin schon mal gefragt. Woher nimmst du das, dass diese Phase einfach gar nicht kommt? Also ich habe mir tatsächlich so ein bisschen auch auf die Fahne geschrieben, diesen Brändner-Bege durchaus mal auch eine Chance zu geben sozusagen. Wenn die Leute sagen, Leute, dieses Modethema, ich bin so leid. Das war Terror in meinem Leben bislang. Bei mir muss das jetzt in die Waschmaschine können und Ende aus. Ich streife durch Wälder, ich bin Vogelkundler oder was weiß ich und suche die letzte Orchidee im Wald oder sowas, ist das für mich auch ein Problem. Jack Wolfskin hält lange. Ja, aber die Bandbreite heute ist so groß. Also was weiß ich, ich renne im Minirock rum, wenn ich da der Meinung bin oder in Skinny-Jeans oder so. Das ist schon das Geilste. Du bist 72, sagst, ich mache Skinny-Jeans im Minirock. Ja, geil. Eigentlich nicht. Und ich wurde mal gefragt, ja, was sagen denn ihre Nachbarn dazu? Da kam ich ins Grübeln und denke ich, was sollen die denn sagen? Die denken vermutlich, der Sträter hat was Tolles vor. Ja, was soll das denn sein? Es interessiert mich auch nicht mehr. Ich habe eine tolle Nachbarschaft sowieso, aber wir bauen da immer so unsere Tiger auf. Ja, in dem Moment, wo du da so rausgeplatzt bist, sag ich mal, wie ist denn dein Umfeld damit umgegangen? Weil ich glaube, die Frage, die stelle ich natürlich 20-Jährigen, die jetzt erfolgreich sind. Die stelle ich YouTubern, die mit 16 sich aus einer Klassengemeinschaft heraustun und sagen, ich mache was Großes. Und die stelle ich jetzt dir, einer Frau, die auf Bühnen steht, die andere begeistert. Was sagt dein Umfeld auch von Gleichaltrigen? Wie gehen die damit um? Also die gehen damit toll um. Also das ist gar keine Frage. Aber wie habe ich mich da selber befreien können? War ja der Erste von dir. Also es gab eben Brüche in meinem Leben. Also ich hatte den Supervater, der an mich glaubte, der erdreistete sich nur zu sterben innerhalb eines Tages, als ich 19 war. Der hat meine ganze Kindheit zerfetzt. Da kam erst mal Wut und Ohnmacht, also die ganze Gefühlspalette. Und ansonsten habe ich den unter Beton verschüttet. Mit mir konnte keiner mehr über das Thema Vater, Tod oder irgendwas reden. Auch mir lieben gesondene Menschen, die sagten, Mensch komm Greta, heute Abend ist das mal Thema oder so. Ich konnte es nicht. Ich konnte es nicht. Du hast das einfach weggedrückt? Ja. Ich habe da glaube ich Copyright drauf, unter den Teppich kehren. Was mich das wohl für Kraft gekostet hat, das alles runterzuhalten. Und dann... Was hast du da draufgelegt damals? Auch das ist wichtig für viele, die hier zuhören. Du hast es ja... Es war ja da. Der Schmerz war da. Die Kraft, die Hilflosigkeit war da. Durch was hast du das kompensiert? Kannst du... Weißt du das? Also ich denke, ich habe einfach da nicht hingeschaut. Und ich habe mich ja in der Zeit durchaus verliebt. Und so etwas war da. Aber da war so ein Grauschleier drauf. Also ich glaube, ich bin wirklich da so mit gebremstem Schaum oder mit angezogener Handbremse, wie ich das auch immer sage, gefahren. So habe ich gekriegt. Und dann... Wie lange? Acht Jahre. Acht Jahre? Ja. Das... Den gnädigen Himmel sei Dank. Also ist der Zufall mir da zu Hilfe gekommen. Ich habe in einem Unternehmen gearbeitet. Die wollten mich da so ein bisschen befördern. Und da sollte ich ein Formular ausfüllen. Was in ihrem Leben hat sie am positivsten geprägt? Und dann... Das stand da drauf. Das ist aber toll. Ja, eine tolle Frage. Und dann habe ich intuitiv gedacht, der Tod meines Vaters. Und sofort habe ich das wieder weggeschmissen. Ich habe gedacht, was soll das? Da kann doch nichts Positives drin sein. Aber da war ein Riss im Beton entstanden. Und ich habe dann wohl mal irgendwann danach, was weiß ich, Tage, Wochen später gedacht, könnte ich mal nur mal theoretisch gedacht, könnte da wirklich was Positives drin sein. Okay, klar. Ich war, sage ich mal, vorher in einer Tralala-Jugend gewesen, wenn du so willst. Und ich habe die Realität erfahren. Ich wusste, jetzt kommt es auf mich an. Ich muss irgendwas machen. Es kommt keiner vorbei. Und das war sicherlich die ganz große Lernerfahrung. Und die zweite war, nie wieder werde ich, wie das Kaninchen vor der Schlange, nur das Schwarze sehen, wenn ich jetzt begreife, da gibt es Geschenke rechts und links. Also ich gucke dann schon... Du hast daraus gelernt damals. Das habe ich gelernt, genau. Ja, so. Jetzt war ich, oder als ich 27 war, war mein Mann und ich der Meinung, so, jetzt können auch Kinder kommen. Taten wir bei uns. Drei Jahre lang nicht. Und dann, ich konnte mir ein Leben ohne Kinder gar nicht vorstellen. Also sechs wollten wir haben. Wir sind mit zwei schon, sagen wir mal, sehr gut zu tun. Wir waren da sehr verwegen. Also ich weiß auch nicht, ob wir das durchgehalten hätten, aber egal. Und das heißt, da bin ich mal in mich gegangen, habe gedacht, hey, was brauchst du eigentlich für dein Glück? Und willst du das dann auf die Kinderschultern legen, sind die dann verantwortlich? Dein Glück, ne? Ja. Und da kam ich ins Grübeln und dachte, nee, das kann wohl nicht der richtige Ansatz sein. Die nächste Lernerfahrung daraus war, mein Mann und ich überlegten uns, können wir ein adoptiertes Kind genauso lieben wie ein eigenes? Dazu haben wir beide ja gesagt und jetzt brauche ich gar nicht mehr weiterzuerzählen. Viele da draußen wissen, wie der Satz weitergeht. Im nächsten Monat war ich schwanger. Und da habe ich mich natürlich einmal über die Schwangerschaft gefreut, aber da wurde mir klar, hey, du hast mit deinen Gedanken körperliche Abläufe beeinflusst. Himmel hilf, du musst da oben Chef im Ring werden. Und dann hatte ich ein Riesenschild, das hieß Gedankendisziplin, über meinem Schreibtisch hängen. Ich wollte mir auf die Stiche kommen, was ist da oben eigentlich los? Was muss ich das denken, was da aufploppt? Also das war nochmal ein wichtiger Punkt, wo ja auch heute die Hirnforschung beweisen kann und zeigen kann, dein Gehirn wird alles tun, damit du Recht behältst. Hast du die Kinder bekommen, die du dir gewünscht hast? Also in der Adoption? Nein, 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 das war dann, nee, ich habe ja nicht adoptiert. Ach so. Ich wurde ja schwanger. Oh, sorry. Okay, so schnell bin ich gerade gar nicht mitgekommen. Okay, verstanden. Jetzt habe ich es richtig verstanden. Okay, alles klar. Dann kam genau das, weil du es losgelassen hast wahrscheinlich. Ja, genau. Und das ist ja wohl ein bekanntes Phänomen da draußen. Ja, immer. Ja, genau. Man kannte das schon, aber dass ich davon betroffen sei, war mir nicht bewusst. Also da habe ich begriffen, okay, hier oben muss ich Chef werden. Das war eine wichtige Sache und dann auch so um die 30 rum stellte ich fest, dass ich so Geheimverträge abgeschlossen hatte hinterm Rücken von Menschen, die da gar nichts von wussten. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe die für mein Glückzustand nicht erklärt und vor allen Dingen habe ich ihnen die Schuld in die Schule geschoben für mein Unglück. Wen zum Beispiel? Meinen Mann, meiner Mutter, meinen Geschwistern, meinen Freundinnen, die waren alle da involviert. So nach dem Motto, wenn mein Chef netter und mein Partner liebevoller wäre, dann wäre ich glücklich. Wenn wir mehr Geld hätten, wenn wir in einem anderen Haus wohnen würden, wenn es auch so schöner wäre, wenn wir endlich in Urlaub fahren. Richtig, genau. Diese ganze Leiste. Und dann habe ich feststellen müssen, das fand ich bitter, die wissen das gar nicht zu schätzen, dass ich ihnen die Verantwortung übertragen habe. Das war doch großzügig von mir, dass ich das so gemacht habe. Aber nein, die begriffen das gar nicht. Die hatten ganz im Gegenteil noch mit mir Verträge gelaufen, wo ich für deren Glück zuständig sein sollte. Und dann habe ich gedacht, irgendwann läuft hier falsch. Entschuldigung, wenn ich da reingreitsche, aber das heißt ja auch, dass du viele Leute, die jetzt zum Beispiel in deinem Alter sind, dass du das verstehst, was die haben, wenn die sagen, ich bin unglücklich, weil man Politik... Ja, natürlich. Ich bin das beste Beispiel. Und ich bin auch das Beispiel dafür, dass ich dann auch rumgemault habe und wollte mit meiner Mauligkeit signalisieren, du könntest das ja eigentlich besser machen, habe mir aber selber die Stimmung verdorben. Und statt zu wissen, wenn jeder für seinen Glückstag selber sorgt, dann können wir die Welt aus den Angeln heben. Und dann müssen wir nicht mehr mit diesem schlechten Gewissen machen. Also ja, wenn, Kollegin, wenn du jetzt keine Zeit hast, dann wird das wohl nichts mit dem Projekt. Oder was weiß ich. Aber ich habe es genauso gemacht. Simples Beispiel, wenn ich jetzt Sonntag sagte, wollen wir nicht den Fahrradklo machen? Und mein Mann sagte, ach nee, gleich kommt Formel 1 im Fernsehen, würde ich lieber machen. Dann habe ich mich dazugesetzt und rumgemault. Oh, das hätte ich auch so gut getan. Du hast die ganze Woche im Büro gesessen und sowas alles. Und nach dem Motto, wenn du schon fern siehst, dann bitte mit schlechten Gewissen. Fürchterlich. Wie lange saßt du da drin in dieser Kuhle? Und wer hat eine Leiter reingestellt? Oder du selber? Ich musste das ja selber machen, weil ich jetzt verstanden hatte, dass die anderen das nicht tun. Und dann habe ich erst mal, das war so der erste Schritt, ein Stoppschild bei den anderen gemacht. Die meinten, ich sei für deren Glück zuständig. Das war so meine erste Handlung. Also auch so simple Sachen, wie mein Mann kommt mit Kopfschmerzen nach Hause und sagt, ihm platzt der Kopf. Und ich frage, hast du denn heute genügend getrunken? Bin ich gar nicht zugekommen, Schatz? Du weißt nicht, was auf meinem Schreibtisch los war. Was glaubst du? Wer losgegangen ist, hat das Wasser geholt. Das war ich. Und das war alles in Liebe passiert. Verstehst du? Da ist ja nichts Böses dahinter. Sondern das entsteht dann einfach so. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich glaube, Schatz, du bist volljährig und kannst die Verantwortung für deine Kopfschmerzen und das Trinken selber übernehmen. Da sagt er zu mir, nee, das kannst du nicht machen. Also da... Das fand er nicht so gut, oder? Nee, das fand er gar nicht so gut. Dabei ist das so wie im Flugzeug. Du bist ja der Experte. Erst die Sauerstoffmaske, die Sauerstoffmaske selber aufsetzen und dann ist man erst in der Lage, anderen zu helfen. So wichtig, was du gerade sagst. Erst mal selber helfen, dann anderen helfen. Ja, und dann mal zu gucken, was brauche ich denn heute für den Tag? Wenn der andere das schon nicht macht und fragt, Greta, was soll ich dir in den Kalender eintragen? Was müsst ihr heute Abend machen? Oder nächste Woche oder so? Dann musst du ja mal selber hingucken. Also auch wenn ich jetzt in der traurigen Phase bin oder so. Da mal zu gucken, was würde mir jetzt fehlen? Was würde meinen Tag besonders machen? Oder so. Und dann mal zu gucken, kann ich das nicht selber machen? Sag mal damals, Greta. Ja. Wir leben ja jetzt in einer Zeit, wo alles sofort auf Knopfdruck auch da ist. Mir geht es nicht gut. Ich gehe ins Internet. Ich gucke mir einen YouTube-Motivationsfilm an. Ja. Ich hole mir ein Hörbuch. Morgen ist bei Amazon das neue Buch geliefert bei mir zu Hause. Wir sind jetzt auf deiner Zeitlinie ungefähr im Jahr 1970, 72, 73. Was wir als Persönlichkeitsentwicklung bezeichnen, wo man heute zu einem Seminar gehen kann, wo ich mich heute mit Audiotapes auch rausziehen kann. Gab es sowas damals? Nein. Ich bin ja noch mit ohne Handy groß geworden und so etwas. Es gab es alles nicht. Es gab Bücher. Ich habe ja Bücher gelesen und damit andere Leben gelebt. Also, weil ich das mit durchlitten habe, was da passiert war, mit gejubelt habe oder so. Ich habe ja das Gefühl gehabt, ich kann eben aus diesen Schicksalen für mich lernen. Autobiografien oder Romane? Alles mögliche. Ach, Romane, so querbeet. Also, ich habe dann irgendwann mal eine Liste erstellt, weil ich da im Internet gefragt wurde, was hast du denn alles gelesen und dann bin ich mal an den Bücherschrank gegangen. Aber ich war damals auch Bücherhallenleser. Das ist eine ganz andere Freiheit. Also, meine Kinder waren das, weil das auch alles so Leseratten waren und so und dann nimmt man sich Bücher mit, die man sich nicht kauft. Gab es ein Buch, wo du sagst, das hat wirklich in mir was ausgelöst? Oh, das waren so viele. Das fällt mir jetzt schwer. jetzt natürlich Strelecki, wenn ich da jetzt mal hingreife mit Café am Rande der Welt. Aber ich habe angefangen damals mit dem Big Five for Life. Ich war auch hier schon im Bewohnerfrei-Podcast. Toller Mann. Unglaublich, ne? Oh, ist eine tolle Möglichkeit, sich auszudrücken und es auf solche leichte Art zu vermitteln. Und in den paar Seiten, das Leben zu erklären. Ja, und das ist auch so schön. Was, kannst du dich an dein, an dein erstes Seminar erinnern, was du selber mal belegt hast, so in dieser Richtung, weil du warst ja schon immer offen für diese Themen. Ja, aber ich glaube, das erste Seminar habe ich tatsächlich bei Hermann Scherer gemacht. So spät, in Anführungsstrichen. Ja, so spät habe ich damit angefangen. Also vorher war das also viel, ich habe es jetzt, glaube ich, schon erwähnt, verzeih, wenn ich mich da wiederhole, war Gedankentang. Also tatsächlich so ein bisschen meine Plattform und da bist du mir ja begegnet, da so wunderbar. Und das habe ich mir dann da geholt. Aber ich glaube, das meiste war bei mir, das Leben selber. Das um die Ohren flog und wo ich dachte, da stimmt was nicht und was kannst du tun? Also ich war selten bis nie, also mal kurzfristig, ja, dass man so dachte, oh, ich bin das ärmste Kaninchen vom Feld. Keiner muss so leiden, wie ich gerade. Das kenne ich auch, natürlich. Und dann geht man da, gehen wir auch so da überall hin. Du musst meine Geschichte hören. Du glaubst nicht, was mir passiert ist. Ja, genau, zum Beispiel. Und dem, der dann eine gute Freundin hat, die sich das anhört und dann sagt, aber war da nicht noch, was anderes in deinem Leben, im Umfeld. Also weil man das ja dann so überbewertet. Also meine Ehe ging dann auch, ja, für mich den Bach runter. Das heißt, ich habe nicht diese Nähe bekommen, die ich haben wollte. Da ist nichts Schlimmes passiert oder er hatte eine Freundin oder ich hatte einen anderen Mann. Das war da nicht. aber so dieses Nebeneinander her und oh, ist doch alles gut, Schatz und fein und so dieses. Also da musste ich lernen, mit umzugehen. Wie lange warst du oder bist du verheiratet? 38, also ich war 38, als das passiert hat, dann noch 23 Jahre, haben wir da zusammen gelebt und kein, unser Freundeskreis dachte, das ist alles fein, ne, also was weiß ich, er war Gentleman und das lief hier so harmonisch. Aber ich hatte einen Mangel an etwas. Ich habe nicht gelitten unter, ich wurde geschlagen oder angestiegen oder sowas, sondern ich hatte einen Mangel an etwas, an Nähe und hey, ich bin hier, schau mich an, ne, so dieses, lass uns was gemeinsam machen oder so. Ihr habt nebeneinander hergelebt irgendwann. Ja, ich glaube, also er hat sich natürlich auch viel mit seinem Job befasst und so. Ich glaube, das ist gar nicht so selten. Also, klar. Als Beispiel, also es gab noch kein Handy, das musst du dir vorstellen und trotzdem, der hat nicht auf dem Handy rumgespielt oder so, der saß mit uns zusammen. Wir besprechen, was wir am nächsten Tag machen wollen. Der kriegt nichts mit. Am nächsten Tag sagt der, wieso was? Wir wollen eine Fahrrad machen? Nö, nö. Könnte man jetzt sagen, ist für Männer typisch, ne? Ja, weiß ich nicht. Wir können ja immer nur eine Sache gleichzeitig machen. Ja, aber ich weiß gar nicht, was der da parallel gemacht hat. Der saß ja dabei, also hat nie mit dem Handy rumgespielt oder so. Aber den Spieß habe ich nachher auch umgedreht. Da habe ich gesagt, so, ich finde es leid, dass du das immer als deinen Vorteil nimmst. Ich behaupte jetzt in Zukunft, wir haben darüber gesprochen, auch wenn es nicht stimmt. Meinte er, das kannst du nicht machen. Ich habe nur mit der Schulter gezuckt und dann kam dann manchmal von ihm dieses Grinsen und sagte, na, was ist das jetzt für ein Fall, dass du tatsächlich nicht äußerst? Keine Ahnung. Aber ich höre schon raus, du hast für ganz viele Dinge in deinem Leben einfach diese Verantwortung übernommen. Dann kam denn irgendwann der Traum, damit nach draußen zu gehen? Also du bist ja jetzt Speakerin. Ja, es ist unglaublich. Nee, der kam gar nicht so von mir. Also auch als ich anfing mit dem YouTube-Kanal, das war ja, meine jugendliche Freundin zu mir gesagt hat, du lebst Alter irgendwie anders, kannst du mal der Welt da draußen sagen, wie das auch geht? Ich glaube, die wissen das nicht so genau. Und dann habe ich so ganz naiv gesagt, ja, wie solltest du das machen? Und so, ja, macht doch einen YouTube-Kanal auch. Ich hatte noch nicht mal das Facebook-Erfahrung. Ich kannte mich gar nicht aus, deswegen habe ich gleich ja gesagt, am nächsten Tag das Ding eingerichtet. Und dann auch einen Film darauf zu stellen, ist ja gar nicht schwierig. Aber ich hatte ein Problem, gefunden zu werden. Meine Güte noch mal, was habe ich mich da ein halbes Jahr, ich sage wirklich, zehn Stunden am Tag mit befasst. Weil ich immer dachte, nur noch ein Häkchen, nur noch dieses. Am Anfang hat man Tutorials, wo man sich durcharbeiten kann. Du bist so geil, du gehst auf Tutorials. Natürlich. Ich glaube, dass viele in deinem Alter gar nicht wissen, was ein Tutorial ist. Also so Bedienungsanleitungen quasi. Ich weiß es schon, aber ich bin so leid, wie du redest. Und dann bin ich in die Communities gegangen, weil das nicht mehr reichte. Und dann sitzen die, die wirklich mit sowas im Blut groß geworden sind. Diese ganz jungen Leute. Und dann fing ich an mit meinen Fragen. Und dann sagten die, mach mal dieses, mach mal dieses. Und ich sage, habe ich schon, habe ich schon. Und dann sagten die oft zum Schluss, mein Secret, da hättest du das nicht gleich sagen können. Ich sage, ich habe eure Fachwörter nicht. Ich kann das nur so komisch erklären. Also ich hatte dann sowas wie Welpenschutz andersrum. Die haben also Gnade mit mir gehabt und sind dann nicht ausgeflippt, weil ich mich so dusselig anstellte. Also ich habe da eine liebevolle Begleitung in den Communities gefunden. Und was ist dann passiert? Der ist ja richtig groß geworden. Jetzt allmählich kommt da mal Resonanz. Ich werde irgendwo gefunden. Also das war dann schon mein erstes Aha-Erlebnis. Und da dann zu sehen, das geht weiter. Und dann kamen diese unglaublich positiven Rückmeldungen. was meine kleinen Videos in deren Leben verändern. Und das wiederum hat mir so viel Aufwind gegeben, dass ich dachte, ich mache das doch länger. Vorher hatte ich gedacht, naja, probiere mal ein halbes Jahr. Das war ja nicht ausreichend. Das wollte ich jetzt länger machen, weil ich so viel reingesteckt hatte. Und dann kriegte das so eine Eigenenergie, so eine Fahrt, nahm das auf, weil ich dachte, was, das kann ich verändern da draußen. Das berührte mich unglaublich. Ja, und dann kam die erste Anfrage nach Büchern. Das heißt, bevor ich überhaupt irgendein Signal gesetzt hatte, dass ich ein Manuskript schreibe, haben sich schon drei Verlage bei mir beworben. Das Thema Alter war dran. Also das... Aber da müssen auch mal alle gut zuhören. Egal, ich glaube, das ist auch alterlos. Also es ist egal, wie alt du bist. Du hast erst mal deinen Keller ausgehoben, erst mal geleistet, erst dich da eingefrickelt. Und dann kamen irgendwann die Verlage, weil du halt ready warst. Ja, nach drei Jahren war das ja. Also so lange da dran zu bleiben und im Rückblick denke ich, Hut ab. Ich habe es damals nicht so empfunden. Die Neugier treibt mich an. Ich bin ja wirklich so neugierig auf das Leben und so begeisterungsfähig. Also ich schreibe überall hier, wenn da wieder was Neues kommt oder so. Das ist schon... Ja, ich habe immer noch dieses Bild im Kopf. Wir haben ja so eine ganz wilde Nacht bei der Public Speaking Academy, die auch wirklich körperlich ans Äußerste gehen. Ja, ja. Du hast das bis zum Ende durchgezogen, währenddessen der ein oder andere 20-Jährige keuchend in der Ecke stand. Das ist schon phänomenal. Du, da springst du nur noch mal ein Thema an, wenn ich da jetzt ganz mal rausspringen darf. Ja, also wenn ältere Leute mit jüngeren Leuten irgendwas, was weiß ich, ob im Verein oder sonst wo, vorbereiten, machen oder so. Es sind nicht die Alten, die als Erstlinger machen. Wir wissen einfach, wir haben doch Energie, wir mussten es im Leben beweisen, dass wir, wir konnten unsere kranken Kinder nicht ins Bücherregal stellen oder was weiß ich, völlig egal. Also wir haben da wirklich ein anderes Selbstbewusstsein. Darf ich da mal ganz kurz sagen, diese Lebensleistung ist in keinem Alter im Bewusstsein. Also ich gehe ehrenamtlich mit Musikstudenten in Altersheimen und erzähle ihnen, was sie da so erwartet. Erstens sage ich ihnen, da sitzt kein alter Mensch, da sitzt das ganze Leben. Stellt euch das vor wie beim Baum, durchschneiden, dann siehst du das. Aber, und jetzt schocke ich mich richtig, da sitzt die Generation, die euer Handy erfunden hat. Da sitzt die Generation, die das deutsche Wirtschaftswunder erarbeitet hat, von dem wir alle jetzt noch profitieren. Und übrigens ist das auch die Generation, die zum Mond geflogen ist. Dann geht da erstmal das Nachrechnen los und die sagen, es kann doch nicht wahr sein. Die waren vorher auch liebevoll mit den Alten, gar kein Thema. Aber das ist ihnen nicht bewusst. Das ist die Perspektive gewechselt. Genau, und das ist in keinem Alter bewusst und auch den Alten nicht. Und das ist auch mir jetzt so ein Bedürfnis geworden, mal zu sagen, seid euch mal bewusst, was ihr alles geleistet habt. Ihr habt ein emotionales Grundeinkommen, das kann einem keiner nehmen. Denn wir Alten klappen ja auch schon die Bibel zu, wenn es heißt, ich brauche ein Rollator. Jetzt bin ich alt, da kommt nichts, also jetzt muss ich ja gar nichts mehr versuchen. Hey, und ein Treppenlitz fährt auch nicht direkt in den Sarg, der ist wie ein Ferrari, der fährt von A nach B und der Treppenlitz fährt von oben nach unten. Mehr Unterschied haben wir da nicht. Das ist ein Helferlein. Und dann, auch bei meinen Lesungen, frage ich dann immer so, stellt euch mal gerade so einen 90-Jährigen vor, wie sieht der gerade aus, wie habt ihr den so vor Augen? Und dann frage ich, hey, sieht der aus wie Helmut Schmidt im Rollstuhl? Den Rollstuhl hat man doch gar nicht wahrgenommen. Der Mann blieb, wer er ist, wie er war und hatte eine Nachricht, er hatte eine Botschaft, er war doch trotzdem noch weltweit gefragter Mensch. Und sich dessen mal bewusst zu sein, das spielt keine Rolle, was ich da brauche an Helferlein. Es macht uns nichts aus. Also da bin ich auch gerade noch so mit unterwegs, sich mal bewusst zu sein. Das ist eine Riesen-Message, die du da weitergibst. Ja, auch an euer Alter. Ich meine, wenn ihr einmal zurückguckt, wie wart ihr mit 20? Ich meine, du ja nun ganz speziell, weil du ja in den Erdnastestall gegangen bist, aber auch der Normalmensch, wenn der da zurückguckt, der konnte das noch nicht mit 20 so erfassen. Er hatte noch nicht diesen Tiefgang, diese, worauf er aufbauen konnte, diese Kostbarkeit. Also sich dessen bewusst zu sein in jedem Alter. Und das darf auch nicht verloren gehen. Nein. Ich habe zum Beispiel meinen Papa auch interviewt für den Podcast. Ja. Papa ist über 80, der hat die Kriegszeit als Kind erlebt. Ja. Das darf man alles nicht vergessen. Nein. Du bist in der Nachkriegszeit aufgewachsen. Und das ist die neue Welle. Deswegen, also ich bin ja drei Jahre nach Kriegsende, 1948 geworden, und zwei Jahre vorm Wirtschaftswunder. Weißt du, und da ging es immer nur, oh, meine Kinder sollen es mal besser haben als wir und es wird immer besser, immer toller. Und diese Einstellung hängst du nicht mit 60 an. So gehe ich immer noch durchs Leben, es wird immer toller. Und ich feiere jeden Geburtstag und sage, tschaka, das kommende Jahr wird noch toller als vergangenen. Und ist ja tatsächlich so bei mir. Ja, bei dir ist es wirklich so und da will ich jetzt auch noch mal hinspulen. Ja. Das Ganze hat dann ja wirklich so einen Wind genommen. Also du hast den YouTube-Kanal gemacht, bist dann von Verlagen kontaktiert worden und dann kamen die Medien da drauf. Wie war dein erster Fernsehauftritt? Wie ist das da plötzlich zu sitzen? Also da war es tatsächlich zu dem Zeitpunkt nur der YouTube-Kanal. Das war ja auch ungewöhnlich. So eine alte, auf YouTube gab es in Deutschland noch nicht wirklich so. Und deswegen war ich hier in so einer NDR-Talkshow hier oben im Norden. Da ist ja auch Fernsehen, NDR. Ja, natürlich. Ja, ja, klar. Aber so regional. Und da habe ich dann auch erwähnt, dass ich ein Manuskript gerade schreibe und dann kamen noch weitere drei Verlage dazu. Aber wie war das? Also ich weiß, vielleicht müsste es mir auch ein bisschen unangenehm sein. aber ich gehe in jede Talkshow rein und denke, was habe ich denn zu verlieren? Also ich gucke da rum, ich gucke mir die Leute an, manche lernen noch ihr Manuskript da auswendig oder was ich da vorgenommen habe. Was sie sagen. Und ich tanze da durch die Gegend und denke, hey, klasse, du bist dabei, der Hammer. und ich heier mich da ab und ich gehe da mit einer Leichtigkeit durch, die vielleicht ein bisschen verwegen, vielleicht auch naiv ist, ich weiß es nicht, aber ich genieße das. Ich genieße das von der ersten Zeit. Das ist großartig. Wo geht es denn hin? Ich meine, du bist ja jetzt auch quasi jetzt zumindest als Speakerin und Autorin und so, du bist jetzt im Olymp oder kommen da noch Sachen? Na, du, das hätte ich doch vor fünf Jahren alles nicht für möglich gehalten. Das heißt, ich habe gar keine richtigen Ziele. Ich möchte die Wachsamkeit behalten, zuzugreifen, wenn da was vorbeikommt. Toller Satz. Wachsamkeit behalten, zuzugreifen, wenn was vorbeikommt. Ja, genau. Und nicht nur in die Hosentasche zu stecken oder in den Keller zu legen, sondern was daraus zu machen. Also man, ja, die hat ja Glück gehabt. Also wie du vielleicht auch manchmal sagst, da gibt es eben so Menschen, ja, Pobi, du kannst das, aber ich nicht oder so. Ja, was bedeutet denn dieses Glück, was darunter fällt? Da muss man doch irgendwas mit machen. Also ich kann dem nachgucken und denken, ja, da ist eine Sternenschnuppe gerade vorbeigeflogen oder so, aber sie zu erfassen oder anzufressen und dann vielleicht sagen, okay, davon nehme ich mir jetzt nur die Hälfte und dann verbinde ich das mit der Hälfte und dann mache ich da mein eigenes Ding draus. So, dieses möchte ich behalten. Schön. Diese Neugier und so. Und ansonsten bin ich der Meinung, das wird sowieso viel toller, als ich mir das jetzt ausdenken kann. Deswegen denke ich mir da gar nichts aus und denke nur, her damit. Was sagst du, was sagst du, ich kann mir ja schon vorstellen, wie jetzt einige natürlich zu Hause sitzen und das ist das, was mich so unglaublich an dir fasziniert, aber da wird es den einen oder anderen geben, der jetzt sagt, aber hör mal, Greta, ich habe Rücken, ich habe Zeh, Rücken, Knie. Was sagst du zu solchen Sachen? Also, das ist ja so eine Gefahr. Ich möchte das schon erstmal ernst nehmen. Also, ich glaube, man muss da auch abgeholt werden und Trauer kippe ich heute nicht mehr unter den Teppich. Also, das muss auch angenommen werden. Ja, das gehört jetzt zu meinem Leben dazu. Aber dann gibt es da eine neue Freiheit, wenn ich das einmal akzeptiere. Ich kann das gerade nicht ändern mit dem Rückenschmerz. Das ist das Ding mit dem Treppenlift, ja, von vorhin. Ja, genau. Also, ich habe Helferlein. Ich kann mir auch helfen lassen. Ja, zum Beispiel. Das ist bestimmt auch ein Thema. Aber wenn ich darf, würde ich hier diesen unfassbaren Janis McDavid, du kennst ihn auch, erwähnen. Der Mensch ist ohne Arme, ohne Beine auf die Welt gekommen und sein Schlüsselsatz von seiner Mutter war, ich weiß auch nicht, wieso das passiert ist, aber vielleicht hast du eine Botschaft für die Welt. Und dann sagt der so ganz lapidar, so, und dann habe ich meine Situation akzeptiert und dann ging alles ganz leicht. Also, manchmal sind sicherlich Situationen nicht ideal, ganz ohne Frage, aber zu gucken, was ist denn trotzdem möglich, trotzdem nicht in die Opferrolle zu fallen. Klar kann man, das rutscht man da erstmal rein, kenne ich auch, aber dann zu gucken, kann ich die Situation im Moment so akzeptieren und meine Blickrichtung der Gedanken mal etwas verlagern, zum Beispiel, was könnte ich für jemand anders machen, weg aus diesem Selbstmitleid und zu gucken, was könnte ich jemandem anderen helfen oder da was Schönes machen, dann kommt da eine ganz andere Leichtigkeit wieder rein, eine andere Freude oder so. Aber von allem gibt es bei mir viel Hochachtung vor Krankheit und auch dieses Bild möchte ich gerne mal retuschieren, sozusagen, wenn man glaubt, im Alter bedeutet krank. Es gibt so viele junge Leute, die krank sind. Also, wenn ich dann immer an Burnout denke und ich weiß nicht, was alles da sein kann und möglich ist, Depressionen oder sowas in jungen Jahren, es ist immer schlimm. Es ist immer eine Herausforderung. Aber da den nächsten Schritt zu machen, immer die kleinen nächsten Schritte. Du hast ja auch Enkelchen schon, habe ich gelesen. Weil diese Frage, die wird ja so oft in Podcasts gestellt, nur bei dir ist sie jetzt schon real. Du hast ja Enkel. Ja. Was gibst du denen mit, so in drei Punkten fürs Leben? Kannst du das? Also, wenn du jetzt noch ein Buch schreiben müsstest oder dürftest, für junge Leute, die, ich sage es mal so, die vielleicht die Chance haben, eines Tages mit über 70 ein bisschen zu sein wie Greta, mit dieser Leichtigkeit, mit dieser Lockerheit, auch so, auch sich trauend Typ zu sein. Was sind drei Punkte, die du jungen Menschen jetzt mitgeben würdest? Zu akzeptieren, ich bin so, wie ich bin. Nicht eine Kopie sein wollen, also dazu zu stehen, die Verantwortung selbst zu übernehmen und zu wissen, die Welt braucht die Vielfalt, die braucht alles. Die braucht dich, so wie du bist. Die braucht dich und guck mal, was du für eine Botschaft für die Welt hast. Schau mal, wie kostbar du bist. Mach keine Mauern. Ich war Fachmann im Mauerbau. Und dann zu wissen, es gibt Handwerkszeug, wie man angstfrei leben kann, wie man Verletzungen loswerden, die alten Verletzungen, was weiß ich, aus Kindertagen, wo manche, die ja lebenslang im Rucksack mit tragen. Also ich werde auch gefragt, wo nimmst du deine Energie her? Da kann ich nur sagen, ich brauche keine Energie mehr, um den Teppich runterzuhalten bei vielen Sachen. Ich habe diesen Ballast abwerfen können. Also da gibt es eben auch Handwerkszeug dafür. Ich kann das jetzt hier nicht alles im Einzelnen aufführen. Und zu gucken, wie kann ich diesen wissenschaftlich belegten Glückslevel in mir anheben. Dankbarkeit. Wissen wir eigentlich alles. Ja, ja, alles so einfach. Ja, es ist dann einfach so einfach. Und wenn man das schon in jungen Jahren erfasst, ich kann was tun, ich bin nicht hilflos. Es gibt sicherlich Situationen, die erscheinen einem unglaublich hilflos. Aber da zu lernen, ich muss gar nicht alles annehmen, was da vielleicht an Bullshit auf mich eintrasselt oder so. Ich kann das auch mal vielleicht an mir vorbeischwimmen lassen oder sagen, das Paket darf auch gerne zurückgehen. Es hat mit mir nichts zu tun und so. Also da zu wissen, fühl dich bitte nie als Opfer. Ja, dann sage ich mal, diese Plattform der jammernden Deutschen, da kann sich der Parship- und Elite-Partner eine Scheibe von abschneiden. Wenn ich irgendwo an der Bushaltestelle stehe und anfange zu jammern und der Bus kommt immer pünktlich, habe ich sofort Verbündete. Aber es muss einem klar sein, auf dieser Plattform sind nur Jammerlachen unterwegs. Ja, ja, klar. Ich fand es wahnsinnig inspirierend. Ich habe ganz, ganz viel von dir gelernt, liebe Greta. Wir gehen am Ende kurz einmal dahin, wenn jetzt Menschen sagen, ich möchte wahnsinnig gerne mehr von dieser Frau hören. Ich möchte wahnsinnig gerne mehr von ihr erfahren. Gibt es so eine Art Lieblingskanal, wo man dich erreichen kann? Oder ich nenne es mal ein Einfalltor, wo die Leute dann direkt bei dir landen mit dem, was du machst. Ja, genau. Auf meiner Webseite greta-silver.de. Silber wie meine Haare. Und also ist ein Künstlernabel, damit ihr mich leicht findet. Aber das Netz ist voll davon. Und als Sprecherin kann man dich mittlerweile auch buchen. Ja, und ja, es ist ja für mich so unfassbar, dass ich jetzt so der Wirtschaft da auch noch ein Tor aufmache. Und also nach dem Motto, Best-Ager brauchen nicht nur Gummisch, Trümpfe und Magnesium, da geht noch mehr. Also da erschließt sich gerade so ein neuer Markt. Also das habe ich ganz möglich gehalten. Ja, und da bist du, ich erlaube mir eine Prognose und da sind Hermann und ich uns einig, da wirst du noch ganz, ganz weit kommen. Du hattest ja auch schon bei Gedanken tanken jetzt deinen Aufmerksamkeit. Ja, und das war's. Wir werden dich noch bei ganz, ganz großen Bühnen sehen. Und es wird mir eine große Ehre sein. Oh, ich kann es nicht abwarten. So schön. Vielen, vielen Dank, lieber Tobi. So toll. Sehr, sehr gerne. Tschüss. Am Ende gibt es noch kurze Fragen, kurze Antworten, bevor wir auflegen. Geld ist? Freiheit. Persönlich wachse ich, indem ich? Leiden zulasse. Der wichtigste Satz, den ich jemals gehört habe? Du bist kostbar, vergiss das nie. Der deutschsprachige Raum wird in den nächsten zehn Jahren? Einmal auf den Kopf gestellt. Ja, das glaube ich auch. Und last but not least, der schönste Ort, an dem ich in meinem gesamten Leben jemals gewesen bin. Und das ist bei dir ein langes Leben. Das ist der da innen drin. Das ist ein Abenteuerschielplatz. Den Mut zu haben, da abzutauchen. In die eigene Stille zu gehen oder wie auch immer, du in Klöstern und wie auch immer. Den Mut aber zu haben. Es ist so eine tolle Abenteuerreise. Und da sind die schönsten funkelnden Plätze. Also genau. Ganz toll. Ich danke dir für unsere gemeinsame Zeit hier in diesem Podcast. Freue mich auf viele weitere Begegnungen. Und euch alle, die zugehört haben, ich wünsche euch eine ganz tolle Woche. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde uns die Welt bedeuten, wenn ihr bei iTunes eine Bewertung dalasst. Oder wenn ihr es bei Spotify oder Deezer oder im Flugzeug oder so seht, macht einen Screenshot, teilt ihn bei Instagram mit Greta, Silber und mir. Und wir werden das uns in Ruhe anschauen und ein paar von denen reposten. und wünschen euch eine tolle Woche. Danke, Greta. Vielen, vielen Dank. Alles Liebe. Tschüss.